In einem Interview mit der Bild-Zeitung haben Sie kürzlich gesagt, dass Sie sich in einigen Jahren vorstellen könnten, auch zum Wohle der Familie kürzer zu treten, die Engagements stark zurückzuschrauben, eine Professur anzunehmen. Inwieweit ist es wirklich ein realistisches Szenario? Könnte Sie wirklich der Lehrberuf so sehr ausfüllen? Ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir das nicht als Fulltime-Job vorstellen, dass ich also keinen Fuß mehr auf die Bühne setze. Das ist sicherlich sehr schwierig, obwohl auch der Punkt kommen muss. Und ich finde das immer richtig, wenn man sich selbst hinterfragt und wenn man sich versucht, klarzumachen, was die Faszination beim Publikum für einen Künstler auslöst, ob es denn wirklich die Leistung des Moments ist oder die Betrachtung des Gesamtwerks. Und wenn das Gesamtwerk deutlich überwiegt, sollte man sich schon überlegen, ob es noch wert ist, aufzutreten. Aber haben Sie das Gefühl bei sich jetzt? Nein, nein, bis jetzt nicht, um Gottes Willen. Aber ich finde, man muss sich dessen immer bewusst sein. Ich kann nicht jetzt davon ausgehen, dass es die nächsten 30 Jahre so weiterläuft. Aber auch Professur in dem Sinne, also in einer offiziellen Hochschule wird es wahrscheinlich nicht geben, weil bis ich so weit bin, bis ich zur Ruhe gekommen bin und wirklich durchgesetzt habe, kürzer zu treten, bin ich wahrscheinlich schon fast im Rentenalter. Da nimmt mich keiner mehr. Da muss ich das auf privater Basis machen. Aber jedenfalls, dass man irgendwann das weitergibt, was man über die Jahre und Jahrzehnte an Erfahrung gesammelt hat, das finde ich schon wichtig. Das sollte man nicht verschleppen und für sich behalten. Das wäre schade. Und wenn das dann eben mit 80 plus erst passiert, ist es, glaube ich, zu spät. Bei den diesjährigen Festspielen 2019 sind Sie erkrankt. Sie mussten zum Leidwesen vieler Fans natürlich einige Vorstellungen absagen. Kurz vorher war diese sicher sehr schmerzhafte und kuriose Sache, als Sie sich verschluckt haben und dann die Speiseröhre bzw. natürlich auch die Stimmbänder wahrscheinlich, die Luftröhre angegriffen waren. Wie ist so eine Zeit für Sie, wenn Sie, wie ich mir zumindest vorstelle, nichts lieber täten, als auf die Bühne zu gehen, aber pausieren müssen? Wie gehen Sie damit um? Natürlich muss man das Positive daraus sehen. Denn wenn ich wirklich nur, wie das Pferd im Rennstall auf- und abgehen würde und darauf warte, dass der nächste Startschuss fällt, dann kann ja auch der Körper nicht regenerieren. Und es gibt genug zu tun, Freunde, Familie, was auch immer. Es ist ja nicht so, dass mir das langweilig würde. Aber nach dieser ersten Phase, wenn man dann sozusagen gezwungenermaßen Ruhe gibt, das kennt, glaube ich, jeder, wenn er mal sich zwingt, drei Wochen Urlaub zu machen und nicht nur drei Tage oder fünf Tage, kommt plötzlich ein Punkt, wo man unglaublich müde wird, weil dann der Körper endlich versteht, ach so, ich darf jetzt nicht mal entspannen. Ich muss jetzt nicht immer diesen Adrenalinpegel halten, den ich normalerweise gewohnt bin. Und dann fällt man in ein Loch oder in eine Müdigkeit. Aber wenn das überwunden ist, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr. Dann ist man sehr, sehr, sehr nervös. Und dann tut man alles, um möglichst schnell wieder auf die Bühne zu kommen. Das passiert Gott sei Dank sehr selten, dass man an diesen Punkt kommen muss und immer noch nicht kann. Aber das ist dann natürlich keine normale Erkältung, sondern, wie Sie erwähnt haben, irgendwie ein Zwischenfall, der halt eine blöde Kettenreaktion ausgelöst hat. Aber nein, ich bin sehr zufrieden mit der Freizeit, die ich dann genießen kann. Aber selbstverständlich ist eine Unruhe permanent da. Das ist sehr, sehr schwer, da wirklich abzuschalten und zu sagen, nein, das interessiert mich jetzt nicht. Denn die Krux dabei ist ja, es kommt niemand und sagt, du musst jetzt zwei Monate pausieren. Der Arzt, da komm in drei Tagen wieder, wir schauen, ob es besser ist. Und dann das nächste Mal wieder in fünf Tagen oder in vielleicht einer Woche maximal. Aber man denkt ja jeden Tag daran, man versucht jeden Tag zu spüren, was hat sich verändert, wird es besser. Weil ja auch so viel da dran hängt. Und deshalb fällt es einem sehr schwer, abzuschalten. Und gerade in solchen Phasen ist da natürlich auch mit Freizeit Genuss im Sinne von Großessen und Trinken und Wunderstand auch nicht. Weil gerade da muss man ja besonders auf seine Gesundheit achten. Also so richtig genießen kann man es dann auch nicht. Oder sollte man es nicht, sage ich mal. Stichwort Weitergabe von Wissen. Sie sind jetzt Teil einer Edutainment-Plattform. Meet Your Master heißt sie, von Heiner Lauterbach nach amerikanischem Vorbild gegründet. Auch andere Prominente sind dabei, wie Alfons Schubeck oder Tilf Schweiger. Um was geht es da konkret? Es ist eine Möglichkeit, nicht nur einen kleinen Vortrag zu halten oder eine Unterrichtsstunde zu geben, einer einzelnen Person oder einem kleinen Kreis. Sondern einem eigentlich unendlich großen Kreis in alle Ruhe alles das zu erklären, was man immer schon erklären wollte. In meinem Fall sind es, glaube ich, knapp neun Stunden Material, die da zusammengekommen sind. Und das ist etwas extrem Seltenes. Man wird schon immer mal wieder gefragt, eine Masterclass zu geben oder eben einen Vortrag zu einem Thema zu halten. Aber man hat eigentlich nie die Gelegenheit, so viel zu liefern und zu so vielen Themen etwas sagen zu können. Und das ist das, was mich gereizt hat, denn auch wenn ich es gerne möchte und es mir vorschwebt für die Zukunft, für eine Altersbeschäftigung sozusagen, so bin ich doch noch weit weg davon und habe so wenig Zeit, dass ich mir es nicht erlauben kann, vor allem aus Rücksicht auf die Studenten wirklich regelmäßig zu unterrichten. Denn die Regelmäßigkeit ist das Entscheidende. Ich kann nicht einem Schüler heute sagen, das und das und das ist alles falsch und in drei Wochen erkläre ich dir, wie du es richtig machst. Singen ist etwas wahnsinnig Persönliches und etwas, wo man auch sehr angreifbar und verletzlich ist. Und man kann niemanden sozusagen zerstören, seinen Traum, seine Zuversicht nehmen, ohne ihn gleich wieder zu versorgen und ihm neue Hoffnung zu geben. Und diese Regelmäßigkeit kann ich einfach nicht liefern, dadurch bin ich viel zu viel unterwegs und deshalb möchte ich das nicht tun. Also es spricht, finde ich, drei verschiedene Gruppen an. Das einmal sind einfach nur Interessierte am Singen allgemein, die ja so anfangen und die sagen, jetzt will ich mal wissen, wie ist das eigentlich? Vielleicht fasziniert mich das so sehr, dass ich selber auch mal anfange und Gesangsunterricht nehme. Es ist für meine Fans, die sozusagen auf die Weise noch einen ganz anderen Einblick in mein Leben bekommen, weil sie mich ja doch eigentlich sonst nur in einem Interview oder auf der Bühne erleben können. Und das wichtigste Teil ist, ist auch für junge Sänger, die im Studium sind, die vielleicht sogar schon ein Studium abgeschlossen haben und die jetzt viele Dinge, die ich da sage, ganz anders verstehen können als ein Laie, der anfängt. Das heißt, wir haben da verschiedene Levels eingebaut und es geht teilweise extrem in die Tiefe und ins Detail, sodass eigentlich alle etwas da finden können. Und ich merke es auch heute, es gibt auch in fast jeder Produktion jemanden, mit dem man mal ein Bier trinken geht. Der Andrzej Filanczyk, der ein großer Fan von Ihnen, das hat in Ihrem Interview gesagt, er hat gesagt, zwei große Sänger gibt es für ihn, Corelli und Kaufmann. Oh Gott, ja. Aber mit so jemandem, der ja ein wahnsinnig tolles Instrument hat und der auch schon sehr, sehr viel weiß, da reichen ja zwei, drei kleine Anstöße, um ihm ein Riesenstück weiterzubringen. Und das macht immer Spaß, wenn man da ein bisschen helfen kann. Und deshalb sehe ich, wie gut das auch funktionieren kann. Deshalb war das für mich eine super Gelegenheit, so etwas zu machen, ohne dass ich jahrelang involviert bin. Jetzt haben Sie gerade eine CD aufgenommen. Wien heißt sie. Da singen Sie Wiener Lieder. Sie lieben Wien schon lange, fühlen sich der Stadt sehr verbunden. Auch Hans Moser, das verbindet uns. Und trotzdem habe ich mir gedacht, warum singen Sie eigentlich nicht mal auch Münchner Lieder? Und ich hätte sogar welche dabei. Ah, sehr gut. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also ich meine, es gibt drunter der Grennau oder sowas, aber. Ich hätte jetzt dabei, Sie könnten sich sogar aussuchen, zum Beispiel Wagen von der Linie 8. Das wäre doch zum Beispiel was Schönes. Weißblau. Fährt Rad und durch die Stadt. Noch jemand ohne, genau. Ja, das ist natürlich schon eine andere Klasse, sage ich mal. Na ja, wir steigern uns. Wir steigern uns. Oder das Isarmärchen, sehr schön, von der berühmten Bali Prell oft gesungen. Ihr Vater Ludwig Prell hat es geschrieben. Lass mal doch auch was. Die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder der sie einmal gesehen. Und dazu den schönen Grau mit seinen Farben Weiß und Blau. Schön. Bayern, natürlich bist du einzig schön. Und dann, der Refrain ist auch herrlich. Du schönem Münchner Staat, seit tausendmal gegrüßt. Wer ein magst. Ja, das ist wirklich sehr schön. Also wenn wir da noch ein gutes Dutzend finden, dann hätten wir eine CD zusammen. Also ich bin gern behilflich. Ja, ich muss auch so sagen, also nach Berlin und Wien. Wer doch jetzt München wirklich sagt. Wer wirklich an der Zeit. Oder sagen wir Bayern. Oder Bayern, wie weiter. Weil München ist, dann hat man so ein bisschen, dann kann man was Fränkisches noch mit reinnehmen. Das ist ganz wichtig, weil die Franken sind sonst leicht. Ja, ja, ja. Und ja alte Animositäten nicht wieder aufreißen. Vielen Dank, Herr Kaufmann, für das Interview.